Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das letzte ist noch gar nicht so lange her, aber ich habe mir gedacht, heute ist einiges passiert, das filme ich mal. Ich war zum einen auf der Kartbahn mit ein paar Freunden und zum anderen war ich dann noch beim Sport, aber jetzt machen wir noch eine Joghurtbombe und das will ich euch auch noch zeigen, das mit der Kartbahn zeige ich euch jetzt erstmal. Dumm war es nur, dass ich einmal an der Bande stecken geblieben bin und dann nicht mehr rausgekommen bin und die anderen mich so ungefähr fünfmal überrundet haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Rutscht gut rein und habt einen schönen Start ins neue Jahr. Aber man sieht sich.